Hallo grüß euch, heute habe ich wieder eine Seite im Action Journal und ich starte die mit ein bisschen Collage, nur ganz wenigen Elementen, weil ich möchte, dass die nachher, wenn da Farbe draufkommt, so ein bisschen durchscheinen und man so ein bisschen was von dieser Textur erkennen kann. Das ist jetzt zum Beispiel so eine alte Buchseite, die habe ich bestempelt. Ich suche mir glaube ich jetzt noch Jelly Prints raus, aber bloß zwei, so Fleckerl und also das ist wirklich ganz zufällig. Da habe ich jetzt noch überhaupt nicht überlegt, was das für Sachen sein sollen. Farblich schon, also ich wollte ein bisschen heute so Pink, Aprikose machen und alles so ein bisschen Pastelle gestalten, aber ansonsten habe ich da einfach irgendwas hergenommen. Und auch dieses kräftige alte Buchpapier da ist schon mal ein Gedanke, dass man davon nachher nicht mehr so richtig viel sieht, sondern dass da einfach nur diese Punkte so ein bisschen durchscheinen, vielleicht auch ein wenig von der Schrift. Ich überdecke das Ganze mit klarem Gesso, ich habe da den von Liquitex und ich trage den auf mit so einem Teigschaber. Ich finde das immer ganz praktisch, den muss man nicht auswaschen hernach und ich finde es auch gut, dass der keine so starken Pinsel, Pinseltextur oder Pinselstriche hinterlässt. Das ist mir immer recht wichtig, wenn ihr einen Untergrund macht, da mag ich eigentlich normalerweise diese ganze Textur vom Pinsel nicht so gern drauf haben. Das ist was anderes, wenn ihr irgendwie mit Farbe arbeitet, dann finde ich oft solche Strukturen mit dem Pinsel ganz schön und einfach auch wieder ein bisschen mehr individuell und nicht so langweilig, sage ich jetzt mal, wie das mit dem Teigschaber, aber eben für so einen Hintergrund mit Gesso oder auch für so Collage, wenn man Gelmedium verwendet, ist das richtig super. Ihr habt das Ganze trocknen lassen und verwendet jetzt die Neocolor-Kreiden in verschiedenen so pink, gelb, pastelligen Tönen und ich trage die erst einmal so wie es dann mit dem Stift einfach direkt auf das Papier auf. Die Neocolor 2 sind wasserlöslich und ich nehme jetzt einfach so ein bisschen Wasser mit dem Finger und verblende die Farben auf meiner Seite. Wenn ihr jetzt keine Neocolor-Kreiden habt, das funktioniert auch mit den Stabilo Woodies oder mit anderen wasservermalbaren Kreiden. Man kann bestimmt auch die Distress Crayons verwenden, ich bin da oft immer ein bisschen vorsichtig, wenn man die so mit Wasser auf Gesso verwendet. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht die falschen Farben mischt, weil ich finde, die wären recht schnell zu irgendwie so einer Schlammfarbe und außerdem gäbe es jetzt auch bei den Distress Crayons diese Farben, die ich hier verwende, eigentlich fast gar nicht. Also die sind sehr, da haben sehr wenig Farben, so ein Pastell-Look, die sind eher recht dunkel und kräftig. Vielen Dank. Ihr seht ja, dass mit den Papieren funktioniert, die scheinen noch ein bisschen durch, aber eben sind jetzt nicht mehr so dominant und in der Mitte möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Weiß haben oder ein bisschen mehr Abdeckung. Deswegen habe ich da diesen weißen Neocolor verwendet, um dieses Papier noch so ein bisschen zurück zu pushen. Wenn ich dann zufrieden bin mit der ersten Schicht, dann lasse ich die erstmal komplett trocknen, damit ich dann auf der Seite gut weiterarbeiten kann. Ich verwende jetzt nur einmal die Kreiden und zwar einfach trocken und mache ein paar Markmakings. Ich habe mir hier so ein ganz blasses Blau genommen. Ich finde, das passt so als komplementärer Gegenspieler gut dazu. Ich mache davon nicht zu viel, sondern einfach nur so ein paar Akzente und dann gehe ich einfach nochmal mit den Farben, die ich sowieso schon verwendet habe, drauf. Ich mache noch hier ein paar Musterstriche, einfach um so einen nächsten Layer draufzubringen, der dem Ganzen ein bisschen Tiefe gibt. Ich mache noch nicht zu viel, aber ich mache noch nicht zu viel, aber ich mache noch nicht zu viel. Hier mache ich mit dem Weißen ein paar Stricher, die finden so Muster schon auch immer ganz gut aus. Das mag ich auch sehr gerne an den Neocolor Kreiden, dass man die so ein bisschen layern kann, vor allem, wenn die untere Schicht mit Wasser vermalt ist. Hier nehme ich einen ganz normalen Bleistift, mache einfach ein paar Kritzellinien drauf. Hier habe ich mir nochmal so ein bisschen dunkleres Blau genommen, das so ein bisschen ins Lila geht oder so Lavendelfarben ist. Ich finde, das ist super gut als Kontrast hier zu diesen Tönen, die schon auf der Seite sind, weil es eben so ein bisschen gelb-orange ist und da passt es als Komplementärfarbe total gut. Ich finde auch, dass das Grün hier so ein bisschen durchscheint vom Collage-Papier recht schön, deswegen ergänze ich dann ein bisschen mit einem grünen Neocolor, aber ich halte diese Bereiche auch relativ klein, weil es besser ausschaut, wenn man jetzt großen Bereich Farbtyp hat und dann als Komplementärfarbe einfach kleine Akzente setzt, wie wenn man das jetzt halb und halb macht, dann ist das so ausbalanciert, dass das schon wieder langweilig wird. Ich möchte jetzt in der Mitte ein bisschen mehr abdecken und da habe ich mal von Viaco diese Artgraph-Kreide, heißt auch Taylor Shape, ergenommen, das ist eine wasserlösliche Kreide, im Prinzip eine Aquarellfarbe, eine feste und ich finde, das ist das weißeste, deckendste Weiß, was ich eigentlich daheim habe. Wenn Sie das nicht habt, das kennt Sie ja zum Beispiel auch jetzt mit weißer Acrylfarbe so ein bisschen arbeiten oder mit weißer Acryltinte und da gebe ich einfach nochmal wirklich deckende Bereiche in Weiß drauf, die nochmal die Farbe so ein bisschen unterbrechen, Highlights reinbringen, damit das Ganze schön frisch bleibt. Und das geht jetzt mit dem Neocolor in weiß, kriegt man das einfach nicht so deckend hin. Der Hintergrund ist getrocknet und ich möchte jetzt ein bisschen was stempeln. Ich finde, dass zu der Seite jetzt wirklich ein harter Kontrast mit Schwarz gut passt und ich möchte erstmal so ein bisschen anfangen, im Hintergrund ein paar schwarze Bereiche. Ich verwende hier Stayzone wegen dem Gesso, das ist ein bisschen klebriger Stayzone immer als jetzt zum Beispiel das Versa Fine Claire und vor allem, wenn man dann solche Sachen wie Kreiden drauf hat, finde ich jetzt aber nicht so tragisch. Wichtig ist halt, dass das Stempelkissen gut gefüllt ist. Wenn das Stempelkissen schon leerer ist, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Weil das ist immer was, was ich sage, man muss ein Stempelkissen wirklich oft nachfüllen, weil es ist ja nicht wie ein Filzstift, wo die Farbe nach unten läuft und man dann damit malen kann, bis er quasi leer ist. Es ist ein Schwamm, der, oder so, ja, es ist eine Art Schwamm, der das Wasser in sich hält, beziehungsweise die Tinte in sich hält. Und wenn man drauf drückt, dann kriegt man eine Tinte raus. Wie bei einem Spülschwamm kriegt man halt, wenn man drauf drückt, kommt ein Wasser raus. Und je leerer der Schwamm ist, desto weniger Wasser kommt raus, wenn man drauf drückt. Und deswegen ist es wichtig, dass das Stempelkissen gescheit voll ist, damit die Tinte auch rauskommen kann, die da drin ist. Ich stempele jetzt mein Hauptmotiv direkt auf die Seite. Das geht in diesem Journal recht gut, wenn man auf der rechten Seite arbeitet und dahinter noch nichts gestaltet ist, wenn die Seiten dann uneben werden. Ist das ein bisschen tricky, weil dann könnte es schon sein, dass der Stempelabdruck einfach nicht so gut hinhaut. Ihr habt das jetzt hier riskiert, habt ihr mir gedacht, das wäre schon gut gewesen. Und wenn nicht, hat man immer die Möglichkeit, dass man dieses Motiv einfach nochmal separat stempelt und dann ausschneidet, direkt auf der schwarzen Linie und das dann da aufklebt, wo man auf der Originalseite gestempelt hat, dann merkt es keiner. Und es ist auch eine nette Technik, um einen Stempel mit einem Collagepapier auszufüllen, also sozusagen zu kolorieren. Ich habe mir jetzt hier so Blätter rausgesucht von meinen Collageblättern, die habe ich schon mal vor einigen Wochen hier gezeigt. Ich verlinke das Video nochmal oben in der Infobox. Und da habe ich mir so farblich passende Elemente rausgesucht. Die klebe ich jetzt mit so einem Klebestick auf und da arrangieren wir quasi so eine Art Bouquet mit diesen Blättern. Oben rechts und ich werde unten links noch so einen kleinen Gegenspieler hinkleben. Man kann da natürlich jetzt auch einen Flüssigkleber verwenden. Der Klebestick braucht ein bisschen immer, bis er hält, weil der hat so ein bisschen eine Zeit, wo man den nochmal abziehen kann, ohne dass was kaputt geht. Also wenn man sich jetzt vertut, finde ich das ganz praktisch, dass man sagen kann, ah, gefällt mir doch jetzt nicht so, tue ich nochmal runter, klebe ich woanders hin. Das funktioniert recht gut mit diesem Klebestick, das ist der von Tombow, aber den kennst du ja bestimmt, weil den nehme ich eigentlich immer her. Ich habe mir da jetzt einen Titel rausgesucht von unserem Mixed Sentiments Stempelset. Ich stempel das so an die Seite und gleich mehrmals, damit ich verschiedene Helligkeitsstufen davon kriege. Ich finde das als Textur immer ganz schön im Hintergrund und ich werde jetzt diesen Textstempel auch noch auf einen Jellyprint stempeln. Da habe ich einen genommen, der farblich gut passt und den werde ich dann noch so ein bisschen als Blickfang auf die Seite kleben. Ich muss jetzt ein bisschen schauen, wo ich den aufklebe, wo der mir gefällt. Ich mache das dann oft so, dass ich durch die Kamera auf die Seite schaue, da kriegt man ein bisschen einen weiteren Abstand. Das macht es einfacher, wenn man jetzt gerade keine Kamera drüber hat, dann kann man einfach einen Schritt zurück gehen, ein bisschen Abstand gewinnen oder das Ganze mal vor den Spiegel halten, funktioniert auch recht gut oder von verschiedenen Varianten Fotos machen und sich danach entscheiden, wie man das machen will und ich werde diesen Text jetzt links unten hinkleben zu diesem orangen Blatt, weil das da eben so für sich alleine steht und ich finde, dem fehlt noch so ein bisschen ein Partner und deswegen werde ich das da unten hinkleben. Wie immer findet ihr Fotos vom Ganzen auf dem Blog. Ich habe den Blog verlinkt in der Videobeschreibung genauso wie die Sachen, die ich heute verwendet habe und dann hoffe ich, dass euch das Video gut gefallen hat und ihr seid vielleicht ein bisschen inspiriert und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag für dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.